hallo hier ist der martin von meinem ankees dass die dachsanalyse für den donnerstag den 22.2 2024 und unser dax sofort hier zum mittwoch mal ein bisschen angeschoben die kiste scheint noch nicht so richtig gestartet zu sein bewegung dynamik jedenfalls fehlanzeige aber immerhin mal ein bisschen mehr lebenszeichen der bullen gesehen die verkeilung nun nach oben weiterhin in der auflösung wir hatten gestern gesagt so sie 17 also wenn er über 1780 kommt haben wir gesagt wird er 17 1 20 erreichen können und wenn er sich darüber ausdehnt dann auch 17 155 17 200 17 250 das alles erreichbar auch zum donnerstag würde sogar einen tag mehr gehen also ich würde fast sagen wir setzen hier immer noch eine neue linie mit rein 310 310 das wäre dann falls er die 250 noch überschießen will im nächsten größeren ziel ist in einem 310 und 410 kann vielleicht die andere auch noch mal rein stellen 360 ist auch noch wichtig aber das wird dann eher für kleinere zeiteinheiten relevant so dass man ja wissen oben noch eine orientierung haben wo es hingehen kann ja also das sind hier noch interessante anlaufstellen auf der oberseite wurde allerdings vermuten dass im bereich 250 310 dann auch erstmal wieder deutlicher zurückkommt und würde einfach dem bewegungsverhalten der letzten tage wochen entsprechen wenn er denn überhaupt die freundlichkeit erweist uns hier weiter bei der stange zu bleiben und sich zu halten was muss man machen um das ganze zu ein ist eigentlich zurück unter die 17 80 zurückbrechen also auch unter die tipps hier gesetzt worden würde das tun würde dann wieder auf 17 30 veranlagt werden aber vermutlich auch tiefer dann ließ es sich nämlich hier oben dann eine stelle ziehen das würde ich aber jetzt noch nicht machen wollen sondern tatsächlich dann erst wenn wir wissen wo ist das letzte hoch von dem man dann nach unten unter 17 80 kegelt dann könnte man sich einen kanal projizieren und hätte dann hier unten ein ziel es kann 17 10 werden kann aber auch und das könnte aus den ganzen letzten analysen der letzten tage eine 16 9 60 16 9 40 auch werden und im extrem sogar eine 16 8 30 aber dafür muss er eben auch canceln und dafür muss er mindestens mal unter 17 80 solange da drüber bleibt und hier weiter hoch drückt könnte ich mir auch sehr sehr gut schon zum donnerstag ein neues allzeit hoch vorstellen wie gesagt so 250 bis 310 fändchen interessant bereich und dort sollte man aber wie gesagt dann eben auch aufpassen wenn dann wieder eine rote flatscher kerze kommt kann schon ausreichend und den drehzeit wieder komplett einmal zurück bis 130 100 vielleicht sogar ja also da ist vorsicht geboten ja einfach aus dem bewegungsverhalten der ganzen letzten tage und wochen gut mehr habe ich euch nicht mitzuteilen würde von daher den tageschat vielleicht noch mal kurz zeigen wollen da sind wir nämlich am oberen band am raus drücken das ist vielleicht doch ganz interessant das aktiviert nämlich auf der oberseite auch noch mal ein bisschen potenziale könnte man sagen und habt ihr das auch gesehen dann mache ich zu wünsche euch viel erfolg kurz gelingen und wir uns morgen wieder bis dahin tschüss